hallo leute und herzlich willkommen zurück zu skyfactory ja ich will jetzt mit euch mich ein bisschen in tinkers construct vertiefen und dafür muss ich mich ein bisschen auskennen und ich würde gerne hier so ein large sword blade plattform ding machen es geht da drüben der wecker wartet mal schnell den wecker ausschalten so dann wechseln wir einmal hier das aus nicht rekord koppel so immer an können wir das nehmen Also, jetzt bräuchten wir nochmal so ein Casting-Table. Ein Casting-Table, bitte. So, zum Glück kann man das hier so easy umplatzieren und dann tun wir das mit Gold auffüllen. Zeig, dann haben wir nicht hier die Casting-Form für ein Large-Broad-Sword-Blade. Ein Rantische kann ich aus Gold jetzt eins machen. Ich will halt mir, gucken wir mal von Tinker's Construct, da gibt es bestimmt viel, Add Tinker's Construct und da gibt es bestimmt auch so Materials and You-Book. Bin mir sicher, das kann man wieder craften. Welche Materialien kann ich verbinden, dafür bräuchte ich auch Materials und You-Book oder sowas. Schauen wir mal an, Slime-Large-Sword, Magma-Slime, Neverwreck, Kubalt, Ardite, Millenium-Kopper, Bronze-Lead, und Elektrum. So, Elektrum. Firefly. Ich brauche das Elektrum jetzt. Schocking. Ich brauche dafür eigentlich nur Elektrum. Fun Fact, ich habe Elektrum. Dann tauschen wir einfach eins von denen hier aus. Und geben drei dazu, damit die alle drei brennen können. Schauen wir mal wie gut das wird. Gut. Gut. Ah. Schauen wir mal was da passiert. Gut. Machen wir Elektrum. Vielleicht machen wir Slime. Wir brauchen alles mehr. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt ausreicht. Nö. Nicht ansatzweise. Brennen wir alles wieder. Wollt ihr alles reinbrennen? Wollt halt noch mal mindestens drei. Ich glaube das wir mindestens brauchen. Wenn nicht sogar vier. Wenn nicht sogar vier. 20. Da muss noch kommen. Ja. Jetzt hat es gut aus. Ist noch was übrig dann? Ne. Ist leer. ein Elektrum. Ein Elektrum. Swordblade. Attack. Free. Mining. Speed. 12. Mining. Level. Iron. Es ist ja auch nicht zum Dingsen da. Jetzt muss ich mit Materials und Materials. Heißen die irgendwie and you oder so? Yoyos and you. Materials and you. Blank pattern and the materials and you. Okay. Einfach ein Buch. So ein Buch. Nehmen wir mal so ein normales Materials and you. Das ist aber nicht die Schwierigkeit hier darstellt. So ein Blank pattern habe ich hier überall rumlieben. Zack. Dann haben wir ein Materials and you. Dann können wir jetzt reingucken. Tool Materials. Iron. Baroon. Premium. Superior. Silver Steel. Mining Level Obsidian. Chocolat. Mining Level Stone. Hätte mich auch gewundert wenn etwas anderes wäre. Diamond. Diamond. Iron. Diamond. Cobalt. Obsidian. Obsidian. Sodium. Obsidian. Steel. Dann machen wir doch mal ein Steel Ingot. Wollte ich da eh nicht drauf hinaus. Auf Steel Ingot habe ich doch sogar. Wobei noch solche Blank Patterns. Damit ich davon genug machen kann. Ach come on als ob ich kein Holz hätte. So und dann machen wir mal ein paar von denen. Dass hier ein paar auf dem Lager sind. Und ich brauche jetzt den Spitzhacken Kopf und Tool Rod. Das müssten die zwei sein die ich jetzt brauche. Damit ich meine nein das wollen wir nicht machen. Oh nee warte. Ach Gott. Ach je. Sonne Rod und Sonne Rod. Jetzt aber. So. So. Sollte doch jetzt klappen. Meine Jüde. Ich will doch bloß ein bisschen schmelzen. Nehmen wir dich raus. Nehmen wir dich raus. Tun dich rein. Nehmen wir dich raus. Tun dich rein. Nehmen wir dich raus. Aktivieren. Eins weiter. Und nehm dich jetzt und suche einen Steel. 16 sollte reichen. So. Selektrum kann auch zurück. Dann tun wir das doch mal schnell einschmelzen. Und währenddessen schaue ich mal nach. Ich sollte vielleicht das einfach ganz abbrechen. Weil. Wenn das soweit ist. Dann. Tut das 3000 mal machen. Das wollen wir gar nicht. Tinkers. Construct. Es gibt ja diese blöden Table. Uns muss ja die sind. Die geben wir auch. Stinsel Table. Crafting Station. Part Builder. Part Builder. Tool Station. Das müsste ja dann die sein. Die wir dafür brauchen am Ende oder? Wenn wir nicht sagen. Ich pick jetzt mal. Oh. Da wollen noch was wir. Ich brauche das. Kreuze. Biding Pattern. Das Binding Pattern. Das Binding Pattern. Perfekt. Ah. Was. Dammit. Als ob ich das schon wieder vergesse. Ich vergesse das jedes Mal. Ich werde das auch immer. Ah ne. Warte mal. Das ist schon. Das ist ja fertig. Ich glaube Schlumpf. So. Wenn ich dich austausche. Dann tue ich die noch befüllen. Und dann. Tue wir die wieder austauschen. Gegen die Originale. Fingen die erstmal beide. Hier Strom. Der hier noch Strom. Die können nicht extra hier werden. Na toll. Das sind jetzt Sachen. Die wir nicht extra hier werden können. Warum? Ich krieg das blöde Ding jetzt nicht aus. Oder was? Mhm. Okay. Dann können wir jetzt rein. Theoretisch ja. Dich hier da hin. Jetzt haben wir eine. Stahl. Spitzhacke. Da kann man rein. Theoretisch. Jetzt noch Reforgen. Indem wir hier. Keine Ahnung. Lapis Latuli. Oder sowas. Holen wir uns mal. Ein bisschen Lapis. Und ein bisschen Quartz. Quartz. Das sah nach Quartz aus. Sharp. Und Luck. Holen wir noch Diamonds. Und ein bisschen Redstone. Haste. Oder. Diamond. Was soll man sich? Diamond Print Time. Haste. Wee. The Redstone Impulse. When using your tool. When using your tool. Motivates you. To move. Even faster. Okay. Diamond. Increased Durability. Okay. Aber es ist ordentlich. Aure Hütte. So sharp. It hurts. To look at it. Okay. All the nice things. Bauen wir doch mal. Können wir die nicht auch motivieren? Ne. Schade. Können wir nicht. Aber es ist ordentlich. Geile Spitzhacke. Würde ich mal sagen. Nice. Wahrscheinlich müssen wir die auch noch. XP halt upgraden. Aber das sollte jetzt nicht die. Problematik sein. Denke ich. Meine XP 7,5. Mining Level Obsidian. So. Wollen. Wir. Das. Jetzt müssen wir danach noch. Ein Schwert machen. Was einfach so. Überdrüber bescheuert ist. Ein Bogen. Der überdrüber bescheuert ist. So. Und dann sollten wir das haben. Würde ich sagen. Würde ich dann sagen. Aber Leute. Ich würde sagen. Das war es auch für die heutige Folge. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ihr alles unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also. Bis dann. Ciao. Bum. Bis dann.